Schnittreste übrig? Oder mehr geerntet, als du legal lagern darfst? Kein Problem, du kannst trotzdem das Maximum aus deiner Ernte holen. Und zwar, indem du das Harz aus Blättern und Blüten extrahierst, mit der Drysift-Methode. In diesem Video zeige ich dir meine selbstgebaute Do-It-Yourself-Pollenmaschine, mit der du genau das effizient umsetzen kannst. Einfacher, günstiger und flexibler als mit vielen kommerziellen Geräten. Professionelle Drysift-Systeme kosten oft mehrere hundert Euro und lassen sich nicht anpassen oder in der Siebgröße ändern. Dieses Projekt kommt mit wenigen Bauteilen aus, ist modular aufgebaut, funktioniert mit Standardteilen und lässt sich bei Bedarf individuell anpassen. Wer lieber eine geschlossene Kiste nutzt oder nicht zu viel basteln will, für den habe ich auch eine Lösung. Ein kompletter Bausatz in einer Kiste wird demnächst in meinem Shop erhältlich sein. Die Drysift-Methode ist ein rein mechanisches Verfahren. Harz wird durch ein Sieb vom Pflanzenmaterial getrennt, ganz ohne Lösungsmittel. Anders als bei der Eiswassermethode brauchst du hier kein Wasser, kein Eis und keine lustigen Campingwaschmaschinen. Das Verfahren läuft automatisch ab. Du kannst die Maschine im Hintergrund laufen lassen und musst nicht ständig daneben stehen. Besonders praktisch? Während deine Blüten noch trocknen, kannst du mit dieser Methode bereits die Schnittreste verwerten. Und genau das ist auch sinnvoll. Denn blütennahe Blätter zählen in Deutschland zur 50-Gramm-Grenze mit dazu und dürfen nicht einfach gelagert werden. Wenn du sie also direkt weiterverarbeitest, senkst du dein Risiko bei einer Kontrolle und nutzt trotzdem das volle Potenzial deiner Ernte. Ziel dieses Projektes war es, eine funktionale, einfache, do-it-yourself-Pollenmaschine zu entwickeln, die mit möglichst wenigen zusätzlichen Kausteilen auskommt. Sie ist zerlegbar, anpassbar, günstig und leicht zu bauen. Falls du keinen eigenen 3D-Drucker hast, kein Problem. Alle benötigten Druckteile bekommst du fix und fertig in meinem Shop. Link dazu in der Videobeschreibung. Und wenn du selbst drucken willst? Die Druckdaten gibt es für meine Patreon-Mitglieder, inklusive aller künftigen Verbesserungen und Updates sämtlicher bisheriger Druckteile. Aufbau des Gestells Das Grundgestell besteht aus Gewindestangen und ist damit in der Breite flexibel anpassbar. So passt es in fast alle Kühlschränke und lässt sich nach der Benutzung auch wieder plattsparend zerlegen und wegpacken. Im Gegensatz zu üblichen kommerziellen Geräten brauchst du hier keine geschlossene Kiste. Die Drehzahl ist so niedrig, dass das Harz nur nach unten fällt. Als Auffangwanne dient einfach eingespanntes Backpapier. Das lässt sich wesentlich leichter reinigen, auswechseln und entleeren als eine Kiste mit festem Boden. Antriebseinheit und Lagerung Angetrieben wird die Trommel von einem 12-Volt-Gleichstrom-Getriebemotor mit etwa 20 Umdrehungen pro Minute. Das Drehmoment reicht für diese Anwendung völlig aus. Durch die niedrige Geschwindigkeit wird das Pflanzenmaterial schonend über das Sieb bewegt, ohne zu viel Abrieb. Die Steuerung erfolgt über ein einfaches USB-DC-Netzteil mit einstellbarer Spannung. Damit lässt sich die Drehzahl flexibel anpassen. Dasselbe Gerät verwende ich auch bei meiner Umluftlüfterhalterung mit PC-Lüftern, was hier oben verlinkt ist. Der große Vorteil? Es funktioniert mit jedem Standard-USB-Netzteil, wie man es auch zum Laden von Smartphones nutzt. Es ist kein separates Kabel oder Netzteil nötig. Alternativ kann die Maschine auch direkt mit einer Powerbank betrieben werden. Ideal für den mobilen Einsatz ohne Steckdose oder Verlängerungskabel. Im Video habe ich Spannungswandler und Powerbank zwar testweise direkt mit in den Kühlschrank gelegt, empfehlenswert ist das jedoch nicht. Durch Kondenswasser kann die Elektronik beschädigt werden. Besser ist es, das Kabel lang genug zu wählen und die Stromversorgung außerhalb des Kühlschranks zu platzieren. Die Verbindung zwischen Motor und Trommel erfolgt über eine Klauenkupplung, die mit einem Klemmflansch auf der Motorwelle befestigt wird. Der Flansch wird seitlich geklemmt. Dafür muss die Flachstelle der Welle passend ausgerichtet werden. Die Kupplung auf der Gegenseite ist austauschbar. Sollte sie mal abgenutzt sein oder beschädigt werden, muss so nicht das komplette Teil getauscht werden. Eine zusätzliche Sicherung ist nicht zwingend notwendig. Der USB-Spannungswandler schaltet bei Überlast automatisch ab, etwa wenn die Trommel blockieren sollte. Wer dennoch eine Absicherung einbauen will, kann zum Beispiel eine Halterung für Schmelzsicherungen am Kabel verbauen. Auf der gegenüberliegenden Seite sitzt ein kleines Kugellager auf einer Schraube. Es verhindert, dass die Trommel axial verrutscht. Den passenden Link zum Lager findest du in der Videobeschreibung. Aufbau der Siebtrommel Als Sieb verwende ich Siebdruckgewebe aus Nylon, das in verschiedenen Maschenweiden erhältlich ist. Grundsätzlich gilt, je feiner das Gewebe, desto höher die Qualität des Endprodukts. Allerdings sinkt der Ertrag entsprechend. Ich habe mich für 120 Mikrometer entschieden. Ein guter Kompromiss zwischen Reinheit und Ausbeute. Viele Maschenweiden sind verfügbar. Je nach geplantem Verwendungszweck des Harzes kann jeder selbst entscheiden, welche Siebgröße für ihn sinnvoll ist. Wie fein sollte deiner Meinung nach gesiebt werden? Schreib kurz, welche Maschenweide du bevorzugst und warum. Zur Befestigung des Gewebes kommen gedruckte Glemmringe zum Einsatz, die herkömmliche Schlauchschellen ersetzen. Das Gewebe wird damit zuverlässig gehalten und lässt sich bei Bedarf einfach tauschen. Zum Verschließen des Netzes in Längsrichtung gibt es verschiedene praktikable Methoden. Optimal ist das saubere Vernähen mit einer Nähmaschine. Allerdings hat nicht jeder so ein Gerät zur Verfügung. Bei einem früheren Prototyp habe ich das Gewebe einfach mit Flüssigkleber verklebt. Das funktioniert grundsätzlich, allerdings sollte der verwendete Kleber für diesen Zweck gut geeignet sein. Für diese Variante habe ich mich letztlich für eine pragmatische Lösung entschieden. Ich habe das Gewebe etwas aufgerollt und mit einem normalen Tacker verschlossen. Je nach Abstand der Klammern sammelt sich im aufgerollten Bereich gelegentlich etwas Pflanzenmaterial. Aber das hat mich bislang nicht genug gestört, um die Nähmaschine aufzubauen. Wer möchte, kann das Netz auch von Hand mit Nadel und Faden vernähen. Das dauert kaum 10 Minuten und funktioniert ebenfalls problemlos. Um die Trommel schnell und einfach befüllen zu können, wird der Deckel mit vier Magneten fixiert. Dadurch lässt er sich unkompliziert abnehmen, ideal zum Nachfüllen oder Entleeren. Aufbau der Auffangwanne Meinen ersten Prototyp hatte ich in eine einfache Kunststoffbox eingebaut. Auf den ersten Blick naheliegend, aber in der Praxis für mich eher unpraktisch. Die Box war sperrig, passte nicht in den Kühlschrank und das Einsammeln des Harzes aus der ganzen Fläche war mühsam. Deshalb habe ich mich bei diesem Modell für eine deutlich simplere Lösung entschieden. Eine Auffangwanne aus Backpapier. Harz bleibt daran kaum haften und lässt sich mit einem Pinsel problemlos aufnehmen. Das Backpapier ist einfach eingeklemmt, lässt sich bei Bedarf schnell austauschen oder komplett entnehmen. Da die Trommel nur langsam dreht, fällt das Harz gezielt nach unten. Eine geschlossene Kiste ist also nicht nötig. Bautrommel Zu Beginn werden die Muttern in den Ring für den Trommeldeckel eingepresst. Ich verwende dafür eine Knipex Parallelsange. Link dazu in der Beschreibung. Dabei ist wichtig, dass die Muttern nicht verkanten und der Kunststoff damit nicht überbeansprucht wird. Danach werden die Magnete für den Deckel in die vorgesehenen Löcher eingeschraubt. Für die Trommel kommen zwei Stücke M8 Gewindestange zum Einsatz. Diese werden in der Regel als 1 Meter Stangen verkauft und sind in jedem Baumarkt erhältlich. Selbst mit einer einfachen Handsäge lassen sich die passenden Längen leicht zuschneiden. Die Länge der Trommel kann flexibel gewählt werden. In meinem Fall habe ich mich für eine Trommellänge von 35 cm entschieden, was zu einer Gesamtbreite von etwa 45 cm führt. Damit passt das Gerät problemlos in gängige Kühlschränke und handelsübliches Backpapier lässt sich ideal als Auffangfläche nutzen. Am Motor werden zunächst zwei Kabel angelötet. Alternativ kann man auch eine Version mit fertig angeschlossenem Kabel verwenden. Der Motor wird mit dem Halter verschraubt. Anschließend wird die Klauenkupplung mit dem Glemmflansch montiert. Der Flansch wird auf die Motorwelle gesteckt und über eine seitliche Inbusschraube fixiert. Dazu kann es nötig sein, den Motor kurz laufen zu lassen, um die flache Seite der Welle in die richtige Position zu bringen. Nun werden die Gewindestangen durch die Halter gesteckt, aber noch nicht final fixiert. Danach wird die Trommel eingelegt und die Konstruktion so eingestellt, dass sich die Trommel leicht einsetzen und entnehmen lässt. Jetzt können die Papierhalter befestigt und das Backpapier eingelegt werden. Anschließend setzt man die seitlichen Deckel ein. Zum Schluss erfolgt der erste Funktionstest. Den Spannungswandler an ein USB-Netzteil oder eine Powerbank anschließen und das Gerät bei mittlerer Drehzahl laufen lassen. Dabei prüfen, ob sich alles frei dreht und nichts schleift. Jetzt kann auch geprüft werden, ob die Trommel gleichmäßig zusammengebaut wurde und die seitlichen Scheiben nicht zu stark eiern. Falls es zu stark ist, einfach mit dem modernen Abstand etwas einstellen. Anwendung und Tipps für beste Ergebnisse Damit die Pollenmaschine effizient arbeitet, ist vor allem die richtige Vorbereitung des Materials entscheidend. Ebenso wie die Umgebungsbedingungen. Je nach geplanter Weiterverwendung unterscheiden sich die optimalen Einstellungen. Läuft die Maschine länger, erhöht sich der Ertrag. Allerdings fällt mit der Zeit auch mehr Pflanzenmaterial durch das Sieb. Das Ausgangsmaterial sollte trocken, aber nicht bröselig sein. Ist es zu feucht, verklebt das Salz. Ist es zu trocken, zerfallen die Blätter zu Staub, der die Qualität des Endprodukts deutlich verschlechtert. Am besten legt man das Material vor dem Sieben ins Gefrierfach. Alternativ genügt auch der Kühlschrank. Ziel dabei ist, dass das Harz spröde wird. So bricht es sauber vom Pflanzenmaterial ab. Die Anwendung sollte deshalb idealerweise in einer kühlen Umgebung erfolgen oder direkt im Kühlschrank oder Gefrierfach. Der Effekt der Kälte ist deutlich spürbar. In einem Test mit einem Bowldrimmer war das Gerät bei Raumtemperatur von klebrigen Harzpartikeln überzogen, die sich kaum mit dem Pinsel entfernen ließen. Nach dem Kühlen auf 0 Grad im Kühlschrank ließen sich dieselben Rückstände problemlos abstreifen. Zur eigentlichen Anwendung habe ich die Trommel befüllt und die komplette Maschine für mehrere Stunden abkühlen lassen. Erst nachdem alles gut durchgekühlt war, wurde das Gerät in Betrieb genommen. Die Drehzahl lässt sich individuell anpassen. Grundsätzlich gilt jedoch, je langsamer die Trommel dreht, desto geringer ist der Abrieb und desto besser bleibt die Qualität des Materials. Ich habe meinen USB-Spannungswandler auf 10 Volt eingestellt, was etwa 14 Umdrehungen pro Minute ergibt. Mit diesem Wert bin ich bislang sehr zufrieden. Zusätzlich habe ich testweise einige kleine Glasperlen in die Trommel gegeben. Diese schlagen beim Drehen leicht gegen das Sieb und helfen, mehr Harz zu lösen. Der Ertrag wird dadurch erhöht, allerdings kann auch feinerer Blattstaub mit durchrutschen, was die Reinheit mindert. Ob der Einsatz von Glasperlen sinnvoll ist, hängt davon ab, was du mit dem Harz machen möchtest. Für besonders reines Material würde ich darauf verzichten. Für maximale Ausbeute oder wenn das Material später ohnehin gepresst wird, können Glasperlen durchaus von Vorteil sein. Auch die Laufzeit lässt sich nach Bedarf variieren. Für hochwertige Ergebnisse reicht oft schon eine Siebzeit von 10 bis 20 Minuten. Für eine maximale Ausbeute kann das Gerät auch 1 bis 2 Stunden betrieben werden. In diesem Fall muss man allerdings mit leichten Qualitätseinbußen rechnen. Was die Füllmenge betrifft. Die Trommel bietet zwar viel Platz, doch die Qualität und Ausbeute profitieren davon, nicht zu viel auf einmal einzufüllen. Ich empfehle, die Trommel höchstens zu einem Drittel ihrer Höhe zu befüllen. So wird das Material gleichmäßig umgewälzt und effizient gesiebt. Sobald die Maschine lange genug gelaufen ist, je nach gewünschter Qualität und Ausbeute, lässt sich die Trommel mit wenigen Handgriffen entnehmen. Das gesammelte Harz liegt lose auf dem Backpapier und kann jetzt ganz einfach mit einem Pinsel zusammengekehrt werden. Alternativ kannst du auch die gesamte Papierwanne vom Gestell abnehmen und außerhalb des Rahmens entleeren. So bleibt die Konstruktion sauber und das wertvolle Material lässt sich verlustfrei entnehmen. Wie viel Harz dabei zusammenkommt, hängt stark von Sorte, dem Harzbesatz und der Qualität des Ausgangsmaterials ab. Als grober Richtwert kann man mit einem Ertrag von etwa 5 bis 15 Prozent rechnen. Bei besonders harzigen Sorten auch mehr. Wer möglichst reines Material anstrebt, sollte mit geringeren Mengen rechnen. Profitiert dafür aber von besserer Qualität. Was würdest du mit dem gesammelten Harz als nächstes machen? Direkt verwenden, weiterverarbeiten oder vielleicht pressen? Würde mich interessieren. Schreib's in die Kommentare. Mit dieser Do-it-yourself-Pollenmaschine kannst du mehr aus deiner Ernte herausholen. Einfach, kostengünstig und flexibel. Ob du Schnittreste weiterverwendest oder überschüssige Ernte verarbeitest. Die Dry-Sift-Methode funktioniert zuflässig, sauber und ganz ohne Chemie. Der modulare Aufbau macht die Maschine vielseitig einsetzbar. Und durch den Kühlschrankbetrieb holst du nochmal mehr Qualität raus. Egal ob Eigenbau mit 3D-Drucker oder fertige Teile aus dem Shop. Das Projekt ist so konzipiert, dass es jeder mit möglichst wenig Werkzeug umsetzen kann. In eigener Sache. Wenn du das Video bis hierher geschaut hast, danke, damit unterstützt du den Kanal direkt. Denn die Watchtime ist entscheidend dafür, ob YouTube das Video überhaupt jemandem vorschlägt. Was viele nicht sehen. Hinter so einem Do-it-yourself-Projekt steckt nicht nur der Dreh, sondern vor allem extrem viel Zeit für Konstruktion, Optimierung, Testläufe, Nachbearbeitung, Skript und Videoschnitt. Und weil es hier um Grow-Themen geht, sind die meisten Videos auch noch werbeeingeschränkt. Sprich, am Ende kommt dabei finanziell kaum was rum. Trotzdem mache ich es, weil ich will, dass ihr davon profitiert. Ich teile mein Wissen, versuche Fragen zu beantworten und baue Projekte, die wirklich was bringen. Nur, das kostet alles Zeit. Und bei mehreren Nachrichten am Tag, die häufig auch noch technisches Detailwissen brauchen, geht locker mal eine halbe Stunde für eine einzige Mail drauf. Das lässt sich so nicht mehr stemmen. Deshalb gibt es technischen Support ab jetzt mit Priorität für alle, die mich auf Patreon unterstützen. Wer dort mitmacht, bekommt alle Druckdaten, Updates und eben auch meine Hilfe, wenn was nicht funktioniert oder er Fragen hat. Und falls du keinen eigenen 3D-Drucker hast, kein Problem. Die fertigen Teile gibt es auch im Shop. Den Link findest du in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Wenn du willst, dass hier regelmäßig neue Projekte entstehen, schreib mir, was ich als nächstes entwickeln soll. Welche Probleme kann ich für dich lösen? Pack es in die Kommentare, am besten mit 10 Wörtern oder mehr, damit YouTube den Kommentar auch wertet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.